Das Holiday Inn Express Hotel und Suites Los Angeles Airport Hopfon liegt in Hopfon in Kalifornien. Das Holiday Inn Express Hotel und Suites Los Angeles Airport Hopfon ist sehr beliebt unter den Gästen. 100% empfehlen das Hotel weiter. 16 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 16 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Mit 5,2 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5 Sonnen von 5 Sonnen widerspiegelt. Service. 4,6 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 3,9 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,7 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.